Hallo zusammen, ich hier ist wieder Deutscher Land, heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten aus der Garnision und dazu war ich schon fleißig und habe ein bisschen was gefarmt. Wir wollen insgesamt 20 große Kisten mit Bergungsgut aufmachen und das sind die Kisten, die wir hier in dem Wiederverwertungsgebäude benutzen können, beziehungsweise auch nur mit denen erhalten können über abgeschlossene Missionen oben im Missionstisch. Und ich brauche jetzt hier noch ein Schamanen-Item und zwar Wellensprecher-Gürtel und ich hoffe, ich kriege heute den Schamanen mal fertig. Ich würde sagen, wir schauen gleich mal rein. Die erste Kiste hat nur ein paar Ressourcen gebracht, ebenso die zweite und die dritte auch noch. Oh boy, es geht schon mal ganz schlecht los. Viermal nix, fünfmal nix, also halt außer Ressourcen. Jetzt gab es zumindest ein Rüstungs-Upgrade-Item. Dann haben wir hier die Aegis, das ist quasi ein Schild, das habe ich aber auch schon. So, jetzt geht es weiter mit einem Haufen Ressourcen, die brauchen wir nicht. Komm, jetzt gibt mir noch ein paar Kier-Items. Im Bestfall den Gürtel. Ach, immer wenn einem nur ein Item fehlt, dann zieht sich das ewig und drei Tag, das ist jedes Mal der gleiche Scheiß. Uh, wir haben noch eine Waffe gekriegt, die brauche ich aber auch nicht. Komm, Gürtel, Gürtel, Gürtel. Na, jetzt haben wir noch drei Stück. Schauen wir mal. Ne. Auch nicht. Ach, nö. Ach, ich habe noch mal eine Hose. Was soll denn das? Die brauche ich nicht. Belastend. Und, okay, das waren wieder 20 Kisten. 20 mal leider gar nichts dabei. Und ja, dann würde ich sagen, ähm, fahre mich wieder ein bisschen was. Und dann gibt es demnächst wieder ein Opening. Und vielleicht kriegen wir dann die, ähm, ja, den Gürtel aus den, äh, Kisten einmal raus. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Habt mich gefällt, dass es dabei war. Eutela, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.